Hallo zusammen, das Logbuch schreibt den 1. Dezember und ich wollte euch mal einen kurzen Stand vermitteln. Das ist ja jetzt schon Teil 5 meiner Serie Eure Insektenfotos, meine Bestimmungen und ich habe jetzt nach diesem Video noch Bilder vom Roland und dann welche vom Klaus und vom Manfred. Die werden also dann in Teil 6 erscheinen und ich sage das jetzt einfach mal deswegen, falls mir jemand Bilder geschickt hat, die bisher noch nicht dran waren und auch nicht von diesen drei betreffenden Fotografen sind, dann sind die bei mir verloren gegangen. Es müssten jetzt alle dran gewesen sein und kann immer mal passieren, dass was verloren geht. Also wenn da sowas passiert ist, dann schreibt mir unten unter diesem Teil in die Kommentare rein. Vielleicht finde ich es noch irgendwo im Spam-Ordner oder macht es gleichzeitig. Schickt mir noch mal die Bilder per Mail und schreibt unten Kommentare rein, dann ist es auf jeden Fall sicher, dass die auch ankommen. Ansonsten wer noch mitmachen will, unten ist wieder in der Beschreibung das Video verlinkt, wo erklärt ist, wie das funktioniert und auf geht's. Viel Spaß mit Teil 5. Ich beginne in diesem Teil mit den restlichen Fotos vom Josef. Hier sehen wir eine Wanze und die gehört in die Familie der Baumwanzen und für mich leider so nicht bestimmbar, weil das noch eine Nymfe ist. Die ist noch nicht ausgewachsen. Das kann man gut an den Flügelstummeln erkennen. Also das ist eine Wissenschaft für sich, deswegen für mich Pentatomide Spezies. Und zur Bildkritik. Ich finde den Bildaufbau sehr schön. Die Wanze ist zwar ziemlich weit rechts, aber wenn du die weiter nach links nimmst, dann ist von der Blüte mehr angeschnitten. Also es ist schon in sich sehr ausgewogen. Einziger Kritikpunkt, die Schärfe, der Fokuspunkt, der liegt am Halsschild und leider nicht Pfanne an den Augen. Einziges Manko. Und ja, die alte Geschichte, die du vielleicht nächstes Jahr dann noch besser machen kannst. Ich hätte wieder die Blende mehr geschlossen und die Wanze komplett scharf im Bild. So, und dein letztes Bild noch. Die hast du selbstbestimmt. Du sagst, das ist eine kleine Moosjungfer. Und da bin ich auch vollkommen bei dir. Das ist Leukorinia dubia. Das Männchen, wie es leibt und lebt. Und das ist so eine Position, ja, da kann man nichts machen, wenn sie so sitzt. Auf der anderen Seite war wahrscheinlich das Wasser, wenn du reingehst, ist sie weg. Von hinten, finde ich, sehen die nicht so attraktiv aus. Und vor allem die Schärfe liegt nicht am Kopf. Ich hätte die Schärfeebene weiter nach vorne verlegt, auf jeden Fall. Und auch da nochmal, ich glaube, das kannst du dir so als allgemein Werkzeug für die Zukunft merken. Ich hätte die Blende wieder weiter geschlossen. Und dann wäre vielleicht der Kopf und die ersten zwei Flügel scharf gewesen. Vielleicht sogar noch ein kleines Stück mehr. Und ich glaube, das Bild hätte gewonnen dadurch. Und da mit Positionen rumzuexperimentieren. Ich kenne die Art, die ist ziemlich flüchtig. Das ist nicht einfach, da anders noch ein Bild hinzubekommen. Es ist ein schönes Belegfoto, weil das ist eine rote Liste Art. Die sind selten. Freu dich, dass sie bei dir noch vorkommt. Bei mir zum Glück auch, aber nur an ganz wenigen Stellen. Und das war noch gar nicht das Letzte. Entschuldige, Josef, du hast ja noch eine Libelle drin. Und hast sie auch schon selber richtig bestimmt als Vierfleck. Ja, das ist Libellula quadrimaculata. Und auch hier, mir liegt die Schärfe zu weit hinten. Ich würde immer den Kopf mit einbeziehen. Das sieht einfach besser aus. Wir sind einfach kopforientiert. Also wenn der Kopf scharf ist, dann ist das Bild scharf. Und ansonsten, ja, ähnlich wie bei deiner anderen Libelle, es ist einfach die Position nicht so vorteilhaft. Von oben direkt über der Libelle nach unten fotografiert, könnte ich mir das deutlich besser vorstellen. Und ich finde das Bild überbelichtet. Der Stängel, auf dem die Libelle sitzt, der ist überbelichtet. Und auch Teile am Rand vom Korpus der Libelle. Hätte ich dunkler gemacht. Wie man solche Großlibellen schön in Szene setzen kann, schau doch mal, da habe ich im Sommer ein Video drüber gemacht. Tipps für Film und Foto. Und da kommt auch der Vierfleck drin vor. Und da sind einige Tipps drin, die könnten für dich vielleicht auch sehr hilfreich sein. Ja, und was ist denn heute los? Josef, du hast mir noch eins geschickt. Nochmal einen Schmetterling. Und den hatten wir weiter vorne schon mal. Das ist noch einmal eine Aufnahme von diesem Zünzler, dem Grambus Pascuela. Das finde ich die schönste Version von den drei Bildern von diesem Zünzler. Ich finde die Positionierung sehr gut. Der Bildaufbau ist sehr gelungen. Mir reicht da auch die Schärfe. Da brauche ich eigentlich nicht mehr. Unten den Zweig oder den Stängel oder was das ist, rechts unten im Bild, der ist mir zu unruhig. Den hättest du noch so leicht rausschieben können aus dem Bild. In der Regel sind diese Zünzler jetzt nicht so hyperaktiv, als dass das nicht ginge. Und ansonsten, klasse Foto. So, und das nächste Bild ist vom Sven. Und das ist eine Weichwanze. Also gehört in die Familie der Meride. Und hier an den Flügelstummeln kann man sehen, die ist noch nicht ausgewachsen. Das ist also noch eine Nymfe. Die ist nicht adult. Ja und deswegen wird es für mich auch schwierig mit einer Bestimmung. Weichwanze, ja. Und dann würde ich sagen wahrscheinlich eine Adelpho Coaris. Und mehr ist das sicher für mich nicht drin. Also ich mache einen CF Punkt Adelpho Coaris Spezies draus. Und zur Bildkritik. Das ist größtenteils wieder so ein farbenreduziertes Bild. Gefällt mir von dem her sehr gut. Auch die Farbkombination. Das Bouquet gefällt mir nicht ganz so. Ist mir vor allem im rechten oberen Bereich zu unruhig. Aber bei Blende 5, da hätte jetzt Blende öffnen auch nicht mehr gebracht. Dann wäre weniger von der Wanze scharf. Und das finde ich besser so. Also lieber die Wanze zum Großteil scharf. Und dann hat man halt im Hintergrund einfach ein bisschen das Ganze unruhiger. Wenn man die Perspektive von oben einfangen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig als zu warten, ob sie noch irgendwo ein bisschen günstiger wohin krabbelt. Eines würde ich noch überprüfen Sven. Wenn ich ein bisschen rein kroppe, dann wird es sehr schnell unscharf. Vor allem auch diese Donne auf den Beinen. Ich weiß es nicht genau woran es liegt. Vielleicht ist das Bild schon so deutlich beschnitten, gekroppt worden. Oder vielleicht auch nur der Radius beim Schärfen zu groß. Das könntest du ja noch überprüfen. Ansonsten cooles Bild. Und jetzt kommen ein paar Bilder vom Roland. Und er hat hinter diesem Käfer einen Blattroller vermutet. Und damit liegst du auch absolut richtig. Das ist ein Haselblattroller. Apoderus Coruli. Ja und das Bild ist gesteckt. Das sieht man. Und das hast du in meinen Augen jetzt auch super geschärft. Mit dem richtigen Radius. Auch das Blatt dahinter, auf dem er sitzt. Das sieht jetzt wirklich auch wie ein Blatt aus. Und auf den ersten Blick sieht es wirklich wie der perfekte Stack aus. Aber das Fiese ist, ich mache ja selber sehr viele Stacks. Und natürlich wandern meine Augen sofort an die Stellen, wo es unlogisch wird. Und das ist ein bisschen ein Problem bei Stacks, dass der Hintergrund oft unlogisch wirkt. Das Blatt, das hat manchmal Stellen, wo es scharf sein sollte eigentlich und dann unscharf wird. Und ich markiere das mal. Und die Beine rechts, vor allem das vordere, hat auch ohne Vergrößerung leicht erkennbar einen Rand. Einen grünen Rand. Und ich denke mal, dass das einfach an den Programmen liegt. Die müssen dann natürlich irgendwo ein Kompromiss eingehen. Und zur Idee, ich hätte da einen Tipp für dich. Schau dir mal das Video an, das ich über Stacken gemacht habe. Und ich glaube, das waren zwei Teile. Der zweite Teil, die Nachbearbeitung, der wäre interessant für dich. Und ich verfolge da eine andere Überlegung, lege aber dann selber Hand an. Deswegen dauert das Video auch so lang, weil ich da ziemlich viel Nacharbeit. Und meine Überlegung ist einfach die, da ist das Bein zum Beispiel und dahinter, der Hintergrund, der ist ja versetzt räumlich. Und der müsste eigentlich der Logik zufolge unscharf sein. Das Programm hat aber von dir die Fotos, auf denen auch das Blatt hinter dem Bein scharf ist und rechnet das dann auch dementsprechend scharf. Allerdings funktioniert das nicht bis zu dem Vorderbein hin. Hinter dem Vorderbein, wenn du dir die Einzelaufnahme anschaust, die Aufnahme, auf der das Bein scharf ist, da ist der Hintergrund unscharf. Und genau das ergibt jetzt diesen grünen Rand. Und ich kopiere da den Hintergrund von dem Bein rein. Dann ist der Hintergrund unscharf. Ich brauche das Blatt unterhalb von dem Käfer nicht unbedingt scharf. Vor allem nicht auf Kosten der Beine zum Beispiel, dass die grüne Streifen um Randungen kriegen. Und mit Nachbearbeitung per Hand kann man das dann so machen, dass der Käfer vorne zwar überall scharf ist, wie bei dir auch, aber der Hintergrund, das Blatt eben bloß im Vordergrund scharf ist und im Hintergrund unscharf wird und dann auch bleibt. Und damit kriegt das Bild dann einfach noch diesen letzten kleinen Kick, wo dann auch fürs Auge der Raum logisch wird. Und das eben bedingt durch was ist scharf und was ist unscharf im Bild. Das wäre mein einziger Tipp. Verlass dich also nicht nur auf das Programm, mit dem du stackst, sondern überleg, ob du vielleicht selber noch Hand anlegst später. Ansonsten, der ist richtig super geworden, Roland. So und dein nächstes Bild, das zeigt einen Käfer. Wir sind jetzt also in der Ordnung der Käfer und dann in der Familie der Blattkäfer, den Chrysomelide. Das hast du absolut richtig erkannt. Und ich traue mir fast zu, den zu bestimmen. Das müsste eigentlich der prächtige Blattkäfer sein. Chrysolina fastuosa. Aber ich setze mal einen CF-Punkt vorne hin. Es gibt da einige so schillernde, so wie der jetzt habe ich zwar noch keinen anderen gesehen, aber ich mag es nicht ausschließen. Da hätte ich gerne noch eine Draufsicht gehabt, auch wenn das Bild nicht gut gewesen wäre. Vielleicht allgemein zur Ermunterung nochmal. Wenn ihr ein tolles Bild gemacht habt, macht doch noch ein paar einfach schlechte Fotos. Das ist ganz egal. Von verschiedenen Ansichten. Und bei Käfern wäre dieser Blick von oben direkt drauf wichtig. Dann kann man doch einige wirklich bis zur Art bestimmen. Und zwar sicher. Also bei dem traue ich mich jetzt nicht hundertprozentig aus dieser einen Perspektive. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Und die Bildkritik. Das ist auf jeden Fall auch ein super Bild. Und auch das Bouquet gefällt mir ausgesprochen gut. Nachdem ich diese Käfer kenne, die Haare im Gesicht, die sind normalerweise nicht so breit. Und auch da ist beim Blatt wieder. Sieht unnatürlich aus. Ich glaube der Radius ist da zu groß. Probier es mal aus mit wirklich kleinem Radius. Sieht natürlicher aus. Und auch hier fällt mir das mit der räumlichen Inkonsequenz auf. Da muss man aufpassen bei diesen gesteckten Fotos. Sieh mal das Blatt, das den Käfer zudeckt von hinten so leicht. Das hat unscharfe Stellen. Das ist eigentlich unlogisch. Weil der Käfer dahinter ist scharf. Und Pflanzenteile davor sind auch wieder scharf. Ich die anderen. Lass die mal alle weg. Dann wäre vorne unscharf. Der Käfer komplett scharf. Und hinten das Bouquet bleibt natürlich. Also das wäre räumlich logisch. Versuch mal diese Bilder in Zukunft kritischer anzuschauen unter dem Gesichtspunkt. Räumliche Logik. Und das ist glaube ich auch so die große Gefahr bei Stack Aufnahmen. So, gejammert auf hohem Niveau. Mein einziger Kritikpunkt. Gut, die zwei mit dem schärfen den noch. Das machst du, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen zu umfangreich vom Radius. Ansonsten, super Bild. Ja, das war's für heute wieder. Danke für euer Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Vielen Dank.